Ja moin moin meine Minecraft Freunde, heute begrüße ich euch für eine neue Folge Minecraft und ja ich begrüße euch nahezu unter unseren Weltenbaum und wenn ich den mir so von unten anschaue oh mein Gott die Sonne zwischen den Wolken sieht gerade richtig episch irgendwie aus nein hier muss noch Grünzeug drauf, hier müssen wir auf jeden Fall mal noch Grünzeug drauf packen jede Menge Grünzeug oben, das muss alles noch breiter werden und ja hier fängt der Tobi schon wieder an ein wenig Terraforming offscreen zu machen oh mein Gott, wenn ihr euch die Fläsche anguckt, ja das wird garantiert nichts Kleines nebenbei tue ich natürlich hier unsere Forstwirtschaft auch noch ein bisschen vorantreiben denen entsprechen sehr sehr viele Bäume pflanzen, weil wir brauchen so oder so jetzt in Zukunft wieder sehr sehr viel Holz und anderen Stuff brauchen wir auch, oh mein Gott Leute wir haben noch so viel zu tun so ich habe mir gerade eben mal offscreen noch ein paar Kartoffeln in den Ofen getan da muss ich halt mal gucken ob die fertig sind eventuell nein so ja, sie sind fertig okay so lobe ich mir das, da haben wir jetzt wieder 61 wir sind jetzt Level 18 Leute es geht auf jeden Fall voran wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja gekämpft wie so ein Weltmeister auf jeden Fall anschauen falls ihr das das letzte Mal nicht gesehen habt da ist es auf jeden Fall nicht langweilig geworden sagen wir mal so ich gehe mal davon aus ähm, wir werden das heute auch einfach mal, ja, weiterführen ach, jedes Mal vergesse ich das, dass ich hier ein Block, ich muss hier irgendwie einen Block mal noch höher setzen jedes Mal breche ich mir die Achse ähm, ich denke ein Schaf cool ne ich denke mal das werden wir auf jeden Fall heute weiterführen damit wir hier XP kriegen wir brauchen XP damit wir unsere Verzauberung endlich mal anfangen können und nein so, was werden wir denn heute machen wir werden da hinten haben wir ja auch schon ein wenig ja, uns vorbereitet auf das, was wir heute machen wollen und zwar wollen wir heute unser Haus am See anfangen ich hab mir so gedacht ein Haus am See äh, mit so einem Bootsstück wo ich eventuell dann noch, äh ja, ein bisschen angeln kann und so so hab ich mir das gedacht dann wollte ich ja wie gesagt noch so einen kleinen Durchbruch machen der dann sozusagen hier irgendwie stattfindet und dann ja, hier hinten in das Gewässer geht und den entsprechend dann ringsherum hier um den Berg und hier hinterm Berg ist ja so oder so dann viel, viel Wasser deswegen, ja denke ich mal, werden wir das so machen wir werden auf jeden Fall hier müssen wir den ganzen Seemann noch ein bisschen ausheben eventuell muss ich mal schauen werde ich das mal mit Terraform ein bisschen so rund machen ründlich ich denke mal, das sieht ja besser aus da gibt es auf jeden Fall sehr sehr viel Arbeit und ja, müssen wir mal gucken wie wir das alles machen aber naja hm, scharf geht's dir gut? ja, dir geht's gut ok, ich wusste es doch haha ne auf jeden Fall äh, wir fangen jetzt an ich habe um euch mal schnell mein Inventar bitte zu zeigen ich habe mir mal noch ein wenig Holz habe ich mal noch gemacht damit wir wenigstens hier zwei Stacks haben das sind ja jede Menge normales Holz wenn ich das jetzt umwandle dann habe ich hier noch ein bisschen ähm ja, dort hinten wo ich jetzt gerade in dem Part angefangen habe ein bisschen Terraforming gemacht erstens, äh, ich muss das ja so oder so dort an der Ecke machen und zweitens falls wir ein bisschen Erde brauchen um hier was aufzufüllen ja ja, habe ich das deswegen gemacht so, hm, den wollten wir ja eigentlich auch noch den wollten wir ja eigentlich nicht zumachen kommt, das machen wir nämlich jetzt auch mal noch schnell bevor wir hier anfangen das ist mir schon dumm im Auge nein so, es wurde ja das letzte Mal habe ich das gesagt es wurde gefragt äh, Dobi mach mal wieder Dobi kommentiert Kommentare und ja das passt ja ich habe mir so gedacht äh, wir werden das auf jeden Fall machen und zwar nicht heute auch nicht das nächste Mal sondern das übernächste Mal das wäre sozusagen heute haben wir Samstag äh, die nächste Folge kommt dann am Montag das wäre dementsprechend dann am komm äh, nein das wäre dann am Mittwoch und ja jetzt werden viele Leute sagen boh, bis Mittwoch das ist noch so lange hin und da und pipapo und ja da habt ihr schon recht aber ich habe mir das so gedacht ähm jetzt habe ich eigentlich gedacht hinter mir geht ein Creeper hoch durch dieses Geräusche wo ich hier über den Sand so laufe okay ne ich habe mir das so gedacht da ja natürlich äh, erstens ein bisschen Zeit ist wo ihr natürlich die Möglichkeit habt mir noch ein paar äh, nette Kommentare zu schreiben die ich dann auch beantworten kann und ja die zweite Folge sozusagen die nächste Folge kommt dann am Montag wo es dann mit der E3 losgeht und ja die dritte Folge den entsprechend wo es dann Tobi kommentiert Kommentare äh bringen werde ist dann am Mittwoch da ist die E3 schon voll in Gange und da habe ich mir einfach mal gedacht ja falls ihr dann irgendwas zur E3 habt könnt ihr mir das ja oh mein Gott äh könnt ihr mir das ja gleich in die Kommentare schreiben und ich habe den entsprechend dann schnellstmöglich Zeit sag ich mal und ja die Fragen und Kommentare zu beantworten und den entsprechend passt das dann eigentlich schon wieder so wie ich mir das gedacht habe ich denke mal ihr versteht das jetzt ja weshalb das ja binnen noch lang gezogen ist es ist ja eigentlich auch alle guten Dinge sind 3 und das wäre dann sozusagen die dritte Folge und ja alle guten Dinge sind halt 3 halte ich mich auch dran nach dem Motto ich sag mal äh Motto wo ich auch immer drauf achte ist äh gut Ding will Weile haben äh nicht immer überstürzen das kann ich euch wirklich ans Herz legen ähm klar gibt es Sachen ähm da kann man sich keine Zeit lassen sagen wir mal so aber ja so ein Motto gut Ding will Weile haben hat mich noch nie enttäuscht hm hm wie machen wir das jetzt wo fangen wir denn jetzt mit unserem Bootsteg an ich würde sagen wir fangen hier an ne direkt hier müssen wir mal gucken oder machen wir das doch hier bauen das hier zu wir gradigen das ok Leute ich glaube mal allzu viel bauen werden wir heute noch nicht da es natürlich jetzt auch schon spät ist und es nicht mehr lange dauern wird bis wir jetzt hier hier gesellschaft kriegen ja schaf du lebst gefährlich die bösen Wölfe kommen gleich hier und werden dich holen so ne ich denke mal ich werde es so kämpfen wie es mir jetzt so beliebt ich werde nebenbei weiterbauen ich hoffe natürlich jetzt nicht dass die Creeper mir jetzt hier mein ganzes Terraform wieder kaputt machen was ich jetzt hier gerade gemacht habe und wenn ich jetzt hier noch so weitermache schau mal da reicht dann noch nicht mal unsere Erde aus die wir uns jetzt ja erfarmt haben so erstmal umschauen wo sind sie denn gespawn da hinten ist ja schon einer oder ja ein Zombie man müssen erstmal uns hier in kleine Lage komm mal her wo ist denn das hier ja ein Zombie ich dachte er ist jetzt ein Zombie-Durchbewohner der klatscht so komisch wenn der hier auf mich zuläuft okay habe ich bislang auch noch nicht mitgekriegt dort schwimmt einer ja muss auch sein da ist ein Enderman komm her kann ich den von hier aus angucken hallo siehst du mich ich starr dich an jetzt ja er kommt denke ich mal er durft bloß nicht ins Wasser Wasser ist ein Erzfeind von Enderman der haut ihn so schnell um da kriege ich nämlich keine Ender-Perle so ich glaube mal ich muss gleich niesen es krabbelt mir gerade die da durch ähm ja hallo okay er kommt nicht da machen wir einfach weiter also direkt jetzt kämpfen machen wir nicht wenn wir angegriffen werden kämpfen ansonsten bauen wir hier weiter wir wollen ja natürlich auch vorankommen wir wollen natürlich was sehen ich möchte wie gesagt vorankommen da ist so viel ich habe jetzt wirklich naja kommt ich bin da ist wirklich in nächster Zeit so viel geplant was ich noch bauen möchte muss das hier ein bisschen vorangehen da ich natürlich auch noch nicht die Möglichkeit habe ja jemand einzuladen und den entsprechend die Tonspur gut aufzunehmen also es gibt schon Möglichkeiten aber ach so ich dachte das wäre jetzt Wolle gewesen ich wollte ist das eine Hexe ist das eine Hexe hä okay von der halte ich mich mal fern da habe ich keinen Bock drauf was das denn da schon wieder ach das ist das Schaf ich dachte nämlich gerade eben das Schaf ist von uns gegangen oh das geht ja mal gar nicht komm mal her du dunnelpenis und war ist ja jetzt in mir hier Stress zu machen okay Nummer 1 den hier hinten nehmen wir auch gleich mal mit weil die haben immer so die Angewohnheit ja abzuwarten und dann von hinten zu kommen solche kleinen Analritas sag ich mal dazu schämt euch so dennoch und dann fangen wir an zu bauen dann fangen wir nee ich glaube mal wir fangen da noch nicht an zu bauen weil wir brauchen nämlich noch eine Werkbank okay wir machen uns jetzt ein bisschen Holz wir fangen jetzt mal an wir machen das jetzt einfach mal wir machen uns jetzt erstmal zwei Stacks aber gucken wir mal wie wir das jetzt machen so jetzt haben wir hier eine große Fläche wo wir anfangen können wir müssen das hier auf jeden Fall alles noch ein bisschen tiefer machen wenn ich mir das hier so angucke so ich habe mir das auf jeden Fall warte mal ich brauche jetzt erstmal normal den und den so mache ich das jetzt direkt so wollen wir zwei oder wollen wir drei ich sage mal wir machen einfach mal drei so so habe ich mir das gedacht schwimmt denn da schon wieder auch schon wieder so ein Tunnelpenis nicht nett so Bootssteg machen wir bis hierher oder ne komm wir gehen mal noch zwei weiter raus das ist jetzt erstmal der Bootssteg habe ich jetzt okay erstmal Grund Grundrisse ziehen so den ganzen Spaß machen wir jetzt hier auch nochmal jetzt wird es nämlich gerade Tobi konzentriert sich gerade wieder ein bisschen schritt gleich mehr weiter ich möchte ja natürlich hier auch keinen Unsinn irgendwie machen ja ein Skelett ein böses böses Skelett so haben wir hier ich muss mal schauen eventuell ich habe jetzt nicht mit dich irgendwie abgemessen ich habe das schon gehört du mit deinem Klatsch und den komischen Schritten da und er hat mir tatsächlich zwei verpasst so jetzt ist hier hinten einiges gespawnt was wir uns erstmal vornehmen müssen machen halt heute ein wenig Baut und ein wenig Gekämpfe da erstmal oh da hier schon ja ich habe dich hier gehört okay komm oh oh ich sehe gerade ich muss essen sonst hauen die mich hier um die bösen Monsters da schau ich noch ey Kartoffen ja ja da stopp so kommst du jetzt auch noch genau da haben wir erstmal alles wieder hier belaufen räumt und wir haben XP schon wieder schöne gekriegt schon fast 21 oh 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 Leute 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 da kann ich natürlich auch nicht widerstehen Kampf der Entermänner muss auf die Beine schlagen so und er gibt mir keine Enderperle wie kannst du nur durchstehen doch dafür werde ich jetzt deine Freundin verkleben yes 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 siehste und sie sie hat mir eine Enderperle geboren oh okay Tobi sieht leicht mitgenommen aus aber das ist ja Berufsrisiko sage ich mal ich brauche jetzt in der Werkbank ich craft mir jetzt einfach mal eine einfach mal hier her klatschen so ich werde mir jetzt auch hier erstmal ein bisschen helle machen so ist das gleich ein bisschen wohnlicher sage ich mal wir brauchen Slabs ich will nämlich mit Slabs arbeiten auf jeden Fall nicht die Slabs ich brauche die Slabs okay haben wir erstmal genug Slabs oh mein Gott wir haben jede Menge Slabs so die werden wir nämlich hier so anbringen ich klop mal schwer noch ein weiter nach außen gehen ich werde wohl noch ein weiter nach außen gehen müssen so da werden wir noch viel viel Holz brauchen das heißt ich habe wieder ein bisschen Arbeit offscreen so rein theoretisch ja komm wir lassen das erstmal so ich baue mich jetzt erstmal hier hinten so ein bisschen durch damit wir jetzt erstmal unseren Bootssteg hier machen und wenn ich den Bootssteg dann habe da will ich dann hier so ein bisschen auf dem Wasser so fordern Fodoment oder so so mal gießen aus Koppel einfach mal und werde da dann auch ein Haus drauf bauen so das machen wir auf jeden Fall so den den und den werden wir jetzt hier her setzen so so perfekter Mund so lobe ich mir das das immer alles so klappen wird wie man sich das so vorstellt so prinzipiell so ein Leben das das wäre schon echt geil aber ja jeder Mensch hat irgendwelche Sorgen und jetzt ja mal ohne Sorgen so ein Leben vorstellen ist vielleicht auch chillig aber ja eigentlich kann ich es mir gar nicht ohne Sorgen vorstellen jeder Mensch hat irgendwelche Sorgen und die treiben ihn ja natürlich auch voran viele haben Geldsorgen ja die wissen die müssen halt was tun die müssen Geld verdienen gehen dementsprechend arbeiten gehen so hier setzt man auch einfach mal noch ein paar Fackeln drauf ja wenn die jetzt keine Geldsorgen hätten würden die auch nicht arbeiten gehen ganz einfach so mal zählen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn ok eins zwei drei vier fünf sechs sieben ist der Hälfte zack zack ok so lassen wir die ganze Geschichte erstmal so da würde ich nämlich sagen da machen wir nämlich hier setze ich den jetzt einfach mal so als Markierung so und da machen wir nämlich jetzt hier unser Protest hin zwischen den wo es dann sozusagen zu unserer kleinen Haus am See geht müssen wir mal gucken ob ich das jetzt alles hier so richtig mache eventuell oh nein eventuell bauen wir einfach nochmal ab und setzen einfach nochmal neu hin und wie gesagt alles nur Holz ähm wobei das Haus werde ich garantiert nicht aus Holz machen da muss ich mal schauen es soll wie gesagt und nur so eine kleine Hütte werden es soll jetzt nichts irgendwie großes werden deswegen ich muss mal schnell ich habe glaube ich mal gerade eben doch gar kein Koppelstone irgendwie dabei wo ich hätte jetzt gesagt mache ich mir hier einfach mal so einen kleinen Grundriss oder so ich brauche Slaps ich habe keine Slaps mehr schon wieder leer gebaut hier wahnsinn habe ich noch ein ganzes Deck ok Tobi hat wieder mitgedacht eigentlich eine Etage muss ich hier mindestens noch ansetzen ich hätte sogar noch wenn ich das mir jetzt hier mal so angucke es ist ja eigentlich gar nichts ich hätte mir ja hier eigentlich entweder vergrößere ich das jetzt ein wenig ah das ist eine gute Idee da kriege ich gerade eine gute Idee wo ich das jetzt hier so gemacht habe so vorne wie so ein ja so ein Bootseinstieg sag ich mal so was soll das für eine kleine Hütte hier werden ich glaube ich muss das hier nochmal wegreißen ich glaube ich muss das hier nochmal wegreißen muss das ein bisschen größer machen den entsprechend auch ein bisschen weiter raus ja das ist halt auch nicht so groß hier der See ich glaube wir müssen hier auf jeden Fall noch einiges an den See verändern aber obwohl das reicht eigentlich schon den eventuell weiter eins weiter nach draußen machen wir mal ein bisschen ungerade es muss ja nicht immer alles gerade sein ja das ist natürlich hier so da gehe ich nehme ich jetzt hier erstmal ein weiter nach außen mache es mal so und gucke jetzt gleich erstmal auf die Zeit die Zeit ist bei Minecraft ist sie so schnell immer rum das ist echt Wahnsinn gerade wenn man hier anfängt zu bauen da und nun hier rum experimentiert dann hat man eventuell noch ein Thema was man so angeschnitten hat oh dein böses Loch okay ich habe hier irgendwie so einen komischen Strudel der mir nicht gefällt da müssen wir auf jeden Fall mal noch was gegen tun aber das werden wir das werden wir alles mal noch machen so machen wir schnell Dobi 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 okay so so aber jetzt nice 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 perfekt so muss das sein okay da haben wir jetzt erstmal einen Grundriss würde ich mal sagen und wenn ich da jetzt habe ich ein bisschen ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Sand und wenn wir mal ich wollte das so machen so 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 okay ist wirklich ein ganz kleines Häuschen wenn ich mir das hier so mal anschaue warte mal wie hoch wollte ich denn das machen da müssen wir mal gucken müssen wir mal gucken weil ich wollte halt wie gesagt hier noch so einen Weg ringsherum das ist alles so eine müssen wir mal nochmal gucken müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken hier ist dann der Steg hier eventuell eine Sitzmöglichkeit wo man angeln kann und dann kann man sich ja hier mit einem kleinen Boot oder sowas ins Wasser schwingen ich muss mal schauen wie ich das mache das ist erstmal so ein kleiner Grundriss wo ich mich erstmal überraschen lasse ich denke ich werde das hier dann auch noch ein bisschen mit dem Zäun so ein bisschen absichern damit wir natürlich jetzt auch nicht überall einfach so nur hier plump ins Wasser irgendwie springen können oder so schon wirklich nur an bestimmten Orten von dem Bootsteg aus ins Wasser gehen aber naja müssen wir mal gucken wie wir das machen die Zeit ist soweit ich würde sagen ja ich mache einen kleinen Cut gucken wir mal wie es weitergeht lasst euch überraschen und ja ich bin gespannt was am Ende wieder bei rauskommt wie gesagt ihr Dobi der baut einfach mal drauf los ok und ja ich selber gespannt was am Ende dabei rauskommt ok da hoffe ich natürlich dass euch die Folge viel Spaß gemacht hat es wäre nett wenn ihr mir dafür einen Daumen nach oben da lasst und ja schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein wenn es weiter geht mit Minecraft die Xbox One Version und ja da haut es rein haut es rein und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal los mit mit com mit